Liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, wir sehen jetzt quasi die letzten Sonnenstrahlen. Warum? Weil hier wurde im Handumdrehen eine geschlossene Wolkendecke herbeigesprüht und ich würde fast sagen, wir sehen hier auch gewisse Halb-Ausflockungsmuster und hier verbinden sie sich bereits zu einer geschlossenen Wolkenschicht. Und wie gesagt, das sind jetzt die letzten Minuten, wo es noch Sonne geben wird. Und hier überall ist der Schirm schon aufgespannt. Also wir sehen auch hier wunderschöne, milchig, trübe Chemtrail-Wolken. Aber das sind alles nur dumme Verschwörungstheorien. Es ist halt leider so, dass diese dummen Verschwörungstheorien uns seit Jahrzehnten das Serotonin und somit auch die Lebensfreude rauben. Und gegenüber der Sonne ist interessanterweise immer blauer Himmel. Das ist bemerkenswert. Und wenn man dann zur Sonne rüberschwenkt, dort verdunkelt sich dann alles. Das sind halt meteorologische Phänomene, die man eben nur mit grüner Genialität erfassen kann. Und das ist halt so. Das ist Gott gegeben oder ich weiß nicht, von wem auch immer sonst gegeben. Aber das, was wir hier sehen, ist eine optische Täuschung. Ende. 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 Ende.